Kaputt. Die erste ist schon kaputt. Haben wir noch eine zweite? Schaufel, Schaufel. So, ja, haben wir noch. Zwei Stück haben wir noch. Dann müssen wir neue bauen. So. Okay. So, die erste Linie, die haben wir ausgehoben. Oh, das war ja noch Kohle, aber egal, die holen wir uns eh später raus, indem wir uns den Boden dann vorknöpfen. So, dann würde ich sagen, machen wir mit der nächsten Reihe weiter. Und das wäre dann hier die Reihe. Ja, das ist ja eine Doppelreihe. Dann pass auf. Dann machen wir das wie folgt. Dann werden wir erstmal die Erde wegnehmen. Die ist ja auch ein bisschen einfacher weg. Ja, das ist sinnvoll. So, kommen wir vielleicht auch noch an Eisen und Kohle ein bisschen ran. Das ist schon eine gute Idee hier im Endeffekt. Das ist schon... Es war jetzt erschreckend, dass wir schon wieder am Abtragen sind. Aber nun gut. Hebeln war den ganzen Spaß aus hier. Ich bräuchte mal einen Bagger. Hat einer einen Bagger für mich? So, zack. Prima. Und wir sind noch ganz am Anfang. Wir haben erst zwei Reihen, noch nicht mal anderthalb. Ach, oje. So, das ist ja... Ja, Mensch. Ja, das wäre natürlich mit WorldEdit, ne? Da geht der Dratzfatz da. Machst du schnell deinen Befehl da eintippen und dann ist das hier im Nu weg hier. Oder auch ersetzt im gegebenen Anlassfalle. Tö. So. Ah, Kohle. Sehr schön. Mhm. Kohle, Kohle, Kohle. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und der Sternenhimmel. Und wir machen übrigens schon wieder eine Nachtschicht hier anscheinend. Ja, dunkel hier. Nachtschicht-Zuschlag. Hm. Ist ja irre hier. Ja, Mensch. Bei mir ist hier voll der Sommer im Gange. Wenn ich hier, ähm, mal so aus dem Balkon... Ich sitze ja gerade in der Stube hier bei mir auf meinem Sofa. Und da war ja schön hier so am Balkon, ne? Habe ich so ein bisschen Fenster auf und so. Kommt schön frische Luft rein. Und ist tatsächlich noch aktuell, Uhrzeit 17 Uhr und ein paar zerquetschte. Ist noch recht hell draußen. Also, ist so richtig sommerlich. Also, ist richtig schön heutzutage. Richtig, richtig geil. Die letzten Tage war wirklich super Wetter hier. Klasse. So. Wollte ich nur mal erwähnen, ne? Wenn man... Wisst ihr ja, wenn man nichts mehr zu sagen hat, dann redet man meistens über das Wetter. Ist so ein alter Spruch. Vielleicht kennen den einige, ne? So, wenn da nichts mehr einfällt oder so, ne? Dann, dann... Dann redet man über das Wetter. Ach, ja. Ich hab hier ein schönes Wetter. Prima. Und so, ne? Tja, so ist das immer. Ich hab jetzt gerade ein bisschen Sorgen. Ne, hab ich Sorgen? Ne, hab ich nicht. Wir haben ja genug Stein. Da können wir uns ja im Nu neues Werkzeug bauen. Allerdings Holz. Sollten wir auch mal ein bisschen farmen gehen. Weil eins ist, weiß ich sicher, diese Etage... Also hier, die wir jetzt gerade bauen. Die möchte ich gerne aus Holz bauen. Das heißt, ein Holzboden kommt da rein. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier das auch noch mal wegnehmen. Die unterste Schicht. Aber da müssen wir ja dann nur eine Lage quasi entfernen. Und das mit Holz ersetzen. Und sogar durch Zufall des Holz, was ich dort setzen wollte. Das ist nämlich die Schwarzeiche. Und genau die haben wir ja hier gleich. Das ist jetzt wirklich, ähm... Ja, ein absolut geiler Zufall. Dass hier direkt hier der Rowfeed Forest ist. Jetzt kann ich es übrigens richtig aussprechen. Erinnert ihr euch noch an das eine Let's Play von mir? Ich glaube, das war das zweite gewesen. Da habe ich immer Rowfeed Forest gesagt. Hier heißt es aber Rowfeed Forest, ne? Forest, ja, von Wald. Und, ähm, jetzt habe ich es gelernt, richtig auszusprechen. Weil da war ich immer ein bisschen verwundert, was das eigentlich ist. Also ich sage, aber du kannst ja auch zu deutsch sagen, dichter Wald. Ja? Wo dann halt die Schwarzeichen da sind. Diese richtig schön fetten Bäume. Und, ähm, aus diesen Wundenplanks möchte ich halt gerne den untersten Boden machen und setzen. Also das heißt jetzt dieser hier, ne? Also komplett. Das möchte ich gerne durchziehen. Und ich kann ja auch schon verraten, was ich hier in dieser untersten Etage bauen möchte. Nämlich den Acker. Genau, also das möchte ich gerne übernehmen. Das ist natürlich in der Realität, in dem Bunker, den wir hier gerade bauen, in der Reinhardstraße, Ecke Albrechtstraße, hier bei uns in Berlin. Ähm, natürlich nicht so gewesen, dass da ein Acker ist, oder? Das ist jetzt auch noch kaputt gegangen. Dass da ein Acker ist. Ähm, natürlich, wie gesagt, es wurde zu DDR-Zeiten dort, ähm, Bananen gelagert und Gemüse und Kartoffeln und was weiß ich was alles. Und, ähm, da passt das natürlich schon ganz gut. Das war da auch natürlich unsere Nahrungsmittel, sind ja im Prinzip Nahrungsmittel, dort unten anbauen. Ja, also so realitätsfremd ist es nun nicht. Aber natürlich, seinerzeit, gab's da keinen Acker. Das heißt also, das werden wir natürlich, ja, fiktiv halt umsetzen und nicht originalgetreu. Falls jetzt hier tatsächlich irgendwelche Zuschauer sind, die sich jetzt so wundern, öh, was ist los, was macht der denn da und so, ne? Ja, also da kann ich euch schon mal vorweg sagen, das wird, wie gesagt, nix, weil da will ich auf jeden Fall meinen Acker haben. Also, das übernehme ich aus dem Cave-Design, aus dem Let's Plays und das fand ich eigentlich ganz cool. Und ist ja auch nicht so weit hergeholt, ne? Notlage muss man sich ja auch Selbstversorger sein. Und deswegen passt das. Ich quatsch doch schon wieder Müll hier, oder? So, ich hab jetzt hier erstmal 5, naja, die ist ja fast im Arsch, komm, dann, ach, das ist ja Andesit. Ach, Andesit haben wir jetzt 64 übrigens. Also, vielleicht kommen wir, ach, hier ist auch nochmal Andesit, also vielleicht kommen wir doch noch auf unsere Kosten, Leute. Vielleicht kriege ich doch meinen gewünschten Boden zusammen. Wenn wir jetzt mal die Fläche wüssten, wie viel, das weiß ich jetzt leider nicht. Da müsste man jetzt mal so den Minecraft-Fachmann im Prinzip fragen. So, jetzt nehme ich aber kein Eisner, da habe ich jetzt keine Lust zu, jetzt nehme ich hier normale. Ach, jetzt haben wir hier auch keine, ne, das ist aber auch wieder suboptimal. Scheiße. Huch, scheiße, sagt man ja gar nicht. Ähm, aber ich kann mir ja mal ein paar Brote machen hier, so. Das wollte ich ja eh mal machen. Ach, guck mal, unser erstes Brot können wir jetzt gleich mal essen. Probieren wir das doch mal. So, das muss ich ja eben aufteilen. So, schwupp, da haben wir 7 Stück rausgekriegt. Und dann essen wir jetzt mal eine Runde Brot. Geht ja gar nicht. Ach, Mensch, ja, die, 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 hier, die Pilzsuppe, die, die war ja da so agibig. So, Mensch. Jetzt gehe ich erstmal da unten alles abladen hier. Schon wieder alles voll hier im Gepäck. Jetzt haben wir so viele offene Zugänge hier, da kriege ich richtig Angst, dass jetzt hier irgendwelche Monster hier ankommen hier. Mann, 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 du. So, jetzt haben wir hier erstmal wieder einen ganzen Haufen Erde hier. Das ist, das, das nimmt ja kein Ende mit der Erde hier. Wo ist denn die Erde? Ne, so viel Erde ist es ja gar nicht. Guck mal. Gut, die 64 hebe ich auf, weil da will ich mich eh hochpuddeln. Was ist das jetzt hier? Ach so. Bruchstein. Jetzt müssen wir mal aufpassen, weil... Ähm... Auch nochmal Bruchstein. So, das ist ein Stack. Weil die müssen natürlich dann noch geschmolzen werden. Andesit, Andesit, Granit. Diorit, Kohle. Bruchstein nochmal, prima. Also auch die können wir dann nochmal schmelzen. Okay, sieht ja ganz gut aus. So, und den ganzen anderen Krempel, den packen wir rein. Wo, was war das jetzt hier gerade? 64 mal Andesit. Erst ist gar nichts da, jetzt haben wir auf einmal voll viel da. Das ist ja voll gut. Das ist jetzt zwar, was heißt hier voll viel, aber... Es ist doch schon mal besser als, äh... Haben wir bis jetzt am meisten von den neuen Gesteinsorten. Nur, 64 wird auf gar keinen Fall reichen. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß die Fläche ist. Naja, mal gucken. Oh, jetzt hier. Diorit haben wir jetzt auch schon. Also es wird auch langsam immer mehr. Jetzt ist der Granit am wenigsten. Okay, Sand haben wir auch schon das erste Stecken voll. Ist ja sehr interessant hier. So, liegt hier durch Zufall eine Axt? Ja, hier, eine Steinaxt. So, dann werden wir nämlich mal ein Bäumchen fällen, weil wir brauchen ja natürlich auch, ähm... Neue... Wie sagt man? Neue... Oh, hier ist auch wieder fertig. Mann, nee, ich komme ja gar nicht mehr raus hier aus dem Arbeiten. Das ist ja voll was los hier. Das Kohle auch schon wieder alle... So, naja, aber ich werde die Dinger jetzt mal sammeln. Das brauchen wir ja früher oder später eh alles. Da ist sogar noch Kohle drin. Vielleicht Wunder, da ist auch noch Kohle drin. So, dann teile ich aber mal auf. Okay, da ist Bruchstein. Bruchstein. Ups. So. So, das müssen wir mal alles ein bisschen sortieren. Ja, Leute, ich mache mir das immer ein bisschen kompliziert. Seht's mir nach. In meinem Kopf herrscht immer Chaos. Aus diesem Grund, ähm... Ist das hier immer alles ein bisschen durcheinander, was ich mache. Aber ich versuche mir Mühe zu geben. Ja, so. Also hier oben, das muss ich jetzt gleich mal alles ein bisschen sortieren. Also ich glaube, ich werde da auch gleich mal die Dinger neu bestücken, oder? Ist das nicht sinnvoll, wenn ich das mache? Ich glaube, das ist sinnvoll. Weil da hatte ich doch schon ein paar Stacken gesehen. Wir haben ja noch für Werkzeuge, haben wir 64. Und hier sehe ich auch gerade, da können wir doch auch noch mal ordentlich was reinkloppen hier. Also so langsam, langsam sieht es gut aus. Das sieht gut aus. So, das heißt, ich nehme jetzt einfach mal hier die nächsten Stackies hier mal mit. Und das, weil die dann auch dann da schmelzen können. Wie gesagt, die 64, die hebe ich mir auf. Kohle haben wir auch noch ein bisschen. So, jetzt werde ich das erstmal alles da einfach mal rein platzieren. Also ich werde hier 32 reinkloppen. Hier sind jetzt 16. Na gut, dann mache ich hier 30 rein. Da sind 24. Okay, die lasse ich da drin. Hier mache ich 32 rein. Da mache ich 32 rein. Hier nehme ich 32. Joa, da nehme ich auch 32. Und da nehme ich 32. Okay. So, nun teilen wir noch mal eben die Kohle ein bisschen auf. Soweit es mir gelingt, die aufzuteilen. So, 10, 11. Naja, da haben wir nicht so viel, aber... Versuchen wir mal, ne? Weil dann kann das schon wieder in der Zeit ein bisschen abnudeln. Hauptsache die Dinger, die glimmen erstmal. In der Zeit, wo wir halt andere Sachen machen. Und dann ist gut. Das ist jetzt natürlich... Ja, ist jetzt hier nicht sehr ergiebig, aber immerhin. Was wir haben, haben wir. Das ist soweit schon mal gerecht aufgeteilt. So, was ist mit den beiden hier? Okay, da sind auch noch 32 drin. Da fehlt jetzt Kohle. Die haben wir halt nicht. So, aber ich habe jetzt meine Axt mir geschnappt. Und jetzt können wir mal nach oben gehen und mal ein bisschen Bäume fällen, weil wir brauchen auch neue Stöcker. Die haben wir nämlich nicht mehr. Aus dem Grund werden wir uns jetzt mal ein paar Bäume holen. Hoch. Da hinten sehe ich auch schon ein paar Bäume. Die müssen eh weg. Also, ne? Weil wie sieht denn das aus, wenn wir vor der Tür... Weil es gibt ja natürlich... Genau, es gibt ja auch noch den Eingang, Leute. Das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Natürlich hat ein Bunker auch einen Eingang, weil wäre ja komisch, wenn nicht. Und, ähm... Ja, das wäre ein Ding, ne? Und, ähm... Da ist klar, dass wir da natürlich auch nochmal so ein Vorgebäude bauen. Weil es hat nämlich insgesamt vier Eingänge. Auf jeder Seite ein. Es sind zwar zwei Tore damals gewesen. Das erkläre ich euch dann aber. Wenn ich euch spätestens dann, wenn ich euch die Fotos zeige, die ich dann einblende... Oder habe ich doch schon gemacht, oder? Schon wieder vergessen. Naja, aber ihr wisst, was ich meine. Dann wisst ihr auch, wie die Eingänge dann aussehen. Für die, die dann jetzt erst eingeschaltet haben, vielleicht, ne? Was macht der denn da? Ja, der baut einen Bunker nach. Also, ganz verrückt. Diesmal kein Cave Design, diesmal Bunker bauen. Also, so ähnlich ist, aber... Originalgetreu. Versuche ich zumindest. So. Jetzt nehmen wir erstmal hier schön die... Coole Eiche hier mit. Das ist auch noch ein Stamm. Ist da auch noch einer? Ne, da ist keiner mehr. So. Dann haben wir erstmal einen Baum gefällt. Plopp, 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 plopp. So, wollen wir gleich noch einen mitnehmen? Oder reicht es? Eigentlich reicht es ja für Stöcker, oder? Ich meine, so viel... So viel verbrauchen wir doch gar nicht, oder? Keine Ahnung. Es ist die Axt eh kaputt. Also, im Moment ist die Axt schon wieder kaputt. Dann ist mir das jetzt auch egal, dann... Dann reicht es jetzt. Wir können das ja mal eben umwandeln. Ja, das reicht ja locker, Mensch. Hier, komm, dann machst du gleich einen 64er-Stack. So, dann hast du gleich ein bisschen mehr davon. Dann guck mal einer an. Da haben wir jetzt... Ich glaube, das sollte erstmal reichen an Stöcker, oder? Hä? Leute hier, das sollte doch erstmal reichen, oder? Komm, da haben wir eine ganze Menge hier. Und es ist noch Tageslicht. Das sollten wir mal ausnutzen. Und ich werde jetzt hier einfach mal runtergehen. Kriegt man hier Fallschaden? Tatsächlich. Naja, an... Wie sagt man? Ein angestauchter Fuß. Oder Knöchel. So. Na, Mensch. Eine Schippe haben wir auch wieder. Prima. So. Und... Das ist ja schon mal was. Ja, also ich bin jetzt mal wirklich gespannt, Leute. Das ist jetzt so eine Sache, die ich nicht weiß. Also, hier sehe ich es gerade wieder. Das ist ja wieder Andesit hier. Ob wir tatsächlich so viel Andesit zusammenbekommen, dass ich die komplette Fläche quasi einmal den Boden aus Andesit machen kann, aus Folierten. Da bin ich jetzt mal wirklich interessiert, ob das funktioniert. Ich sag mal, wenn ich jetzt hier diese ganze Ebene hier aushebe und es sind hier wirklich so eine Doppelreihe wie hier Andesit, ich glaube, dann könnte das sogar funktionieren. Anfangs war ich ja sehr skeptisch gewesen. Und ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, ob ich das überhaupt eine Alternative finde. Und wenn das jetzt wirklich der Fall sein sollte, dass ich, wenn ich das hier alles aushebe, wirklich genug Andesit zur Verfügung habe, dann wäre ich schon richtig glücklich. Notfalls müsste ich dann halt immer so stückchenweise machen. Ich meine, die Minecraft-Welt, die ist ja groß. Vielleicht gelingt einem das ja dann auch noch so im späteren Verlauf, dann halt die Sachen, ja, nachzusetzen oder so. Das wäre ja auch noch eine Option, die noch offen steht, die man machen könnte. Das sind halt immer die Sachen, ne, die man im Survival halt sich überlegen muss. Im Creative hast du sie halt da oder in WorldEdit. Und das geht hier natürlich nicht. Ja, das ist natürlich klar, ne. Deswegen muss man halt hier ein bisschen mehr überlegen, was dann auch wiederum ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und deswegen, ja, dauert das halt alles ein bisschen länger. Ne. Aber genau das ist der Punkt. Aber ich bin mal gespannt. Also ich bin wirklich riesig neugierig, ob das wirklich ausreichen tut oder nicht. Das wäre natürlich richtig nice, wenn das gehen würde. Da würde ich mich ja riesig freuen. Also coole Sache dann auf jeden Fall. Das ist ja hier wie im wirklichen Leben, Mensch, hier, ne. Tiefbau. Was ist jetzt Tiefbau, was wir betreiben? Okay, das müsste eigentlich auch weg. Eigentlich müsste das hier weg. Weil das ist ja... Oder? Wenn mich nicht alles täuscht, muss das hier weg. Ich guck mal eben noch mal. Nicht, dass ich aus Versehen zu viel abbaue, aber... Ja, ja, na sicher, guck mal. Hier, das ist auch noch mal. Was hab ich gesagt? Viel runter, ne? Bis wohin? Naja, wir machen erst mal bis zur Hälfte. Also eins, zwei, drei, wieso? Na, aber. Ja. Ich seh nix, ich seh nix. Oh, jetzt bin ich schon ein zu tief. Ich seh nix. Hallo. Ah, jetzt seh ich was. Ah, schön, dann kann ich hier rauslaufen. Ja, Erde haben wir genug, die kann ich verbraten. Ja, das geht. Kuckuck. So. Ähm. Ja. Dann ziehen wir das jetzt hier erstmal durch. Da ist wieder Andesit. Also hier ist jetzt wirklich... Äh, gibt's da irgendwie so eine Regel oder so, dass ab einer gewissen Tiefe so, ab meinetwegen vier Blöcke tief, irgendwie der Andesit anfängt? Ich weiß das nicht, Leute. Das ist, ähm... Hab ich so gar nicht in Erinnerung. Also... Ist ja merkwürdig jetzt. Hm. Was sind das jetzt hier? Ich kann mal Erde. Okay. Das ist wieder nicht. Äh. Ich asauf hier gerade. Warum ist denn hier schon wieder Wasser? Hallo. Also irgendwo muss hier ein Quellblock sein. Ne, das ist ja mal wieder hier. Ja, sch... 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 Äh... Ja. Hier. Was baue ich denn hier? Ist das jetzt hier weg? Wo kam denn das her hier, ne? Guck mal, mal gut hier. Hier ständig immer eine Wasserladung ab. So. Ne? Ein bisschen Sonnenlicht reinlassen. Ja. So, wie viel haben wir denn da noch? Auch ist ja noch ein Stück. Nur, da können wir ja nochmal ein bisschen hier loslegen. Das mach ich aber wieder mit der hier. Das ist wieder an der Seed. Also so langsam. Hier seht ihr, dass es auch an der Seed. Also, man... Von der Textur her ist das so ein bisschen mintfarben. Ähm, umrandet. Wenn ich jetzt nicht farbenblind bin oder so. Aber das sieht auf jeden Fall schon anders aus. So ein bisschen heller so. Ja, so mintfarben würde ich sagen. Umrandet. Eigentlich ganz cool. Er sieht auch geil aus, wenn es dann so poliert ist. Der polierte, der sieht wirklich richtig cool aus. Ja. Na, mal gucken, was das wird. Jetzt wieder hier. Ach, jetzt ist ja schon wieder eine kaputt. So. Ja, unser Acker. Unser Weizen, der sprießt automatisch. Unser Cleanstone, der wird jetzt automatisch geschmolzen. Ja, oder beziehungsweise der Cobblestone, der zu Cleanstone wird. Also das ist schon... Cool. Ne? Also. Ja. Ich bin hier schon ganz apathisch. Ich bin hier wie im Hypnose, weil ich immer die gleiche Bewegung mache. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, ich hole mir meine Süße hier zur Unterstützung. Komm, Süße, Steine abklopfen. Ja, es ist ein Mammutprojekt hier. Also, das ist wirklich... Naja. Muss mal durch jetzt, ne? Haben wir angefangen. Jetzt müssen wir es auch irgendwie beenden, glaube ich. Mal gucken. Hier. Einmal so rumbuddeln. Nein, da komm her, hier. Hier gar nichts mehr. So. Machen wir mal hier alles schön gerade hier den ganzen Spaß. Ach, jetzt haben wir mal wieder Sand hier. So, wirklich eine bunte Mischung, du. Ich glaube, das war da, wo das Wasser war, ne? So. Der Sand, der sieht hier auch richtig geil aus, finde ich. Also, meine, so tief wird das jetzt auch nicht. Also, wenn ich da an so manche Cave-Design-Aktion denke bei mir, da, wo es wirklich richtig tief dann war. Also, da, wo wir wirklich da noch unten einen Pool reingebaut hatten und eine Sauna und einen Yoga-Raum. Kann sich einer noch daran erinnern? Let's Play Nummer 2 bei der Mesa. Da hier, ne? Auf dem Tafelberg, da das Schloss, was ich da gebaut habe. Oder Burg oder Festung oder was da immer das war. Irgendwie, das war schon... Ne? Da hatte ich doch da richtig losgelegt. Das war eine geile Welt gewesen. Let's Play Nummer 2, wie gesagt, da mit der Mesa. Das war so eine geile Map gewesen. Da war ja wirklich jedes Biom hat angegrenzt, noch so verschärft. Also, ich fand das immer noch nach wie vor meine absolute Lieblings-Map irgendwie. Die finde ich richtig geil. Ich müsste direkt mal probieren, ob die auch in der 1.8er funktioniert. Oder vielleicht habe ich ja auch das Glück und ich finde in der 1.8er nochmal so eine coole Welt. Da sollte ich vielleicht mal einen Seed-Test machen. Oder so. Und vielleicht entdeckt man ja dadurch eine neue. Sag mal, bin ich überhaupt noch... Ist das hier eigentlich richtig, was ich hier mache? Äh, doch. Wie habe ich mich hier einfach... Okay. Ich weiß das immer nicht. Ich muss gleich mal an die Oberfläche gehen nach oben und... Mal gucken, wie ist das schön an der Seed hier? Alles an der Seed. Also, vielleicht habe ich Glück und es reicht doch. Dann müsste ich allerdings doch eine Etage tiefer gehen, weil ich wollte eigentlich diese Halbslabs, also diese Halbsteine dann machen als Boden. Nur wenn das dann doch reichen sollte. Das werde ich jetzt gleich mal probieren, glaube ich. Obwohl, nee, das kann ich ja gar nicht, weil dann wird es auch wieder dunkel hier unten drin. Ich habe keinen Glowstone. Ah! Ah! Ah!